Hallo und herzlich Willkommen zu weiteren Minecraft-Hunger-Games-Videos mit dabei sind Markus und Tim. Diesel nennt sich hier wohl zuerst. Stimmt. Ja und Stieg ist auch noch dabei. Ach ja der stirbt eh gleich. So unsere Taktik ist erstmal genial. Wie immer? Nein wir laufen einfach in Richtung Null und sammeln Filz ein. Alter ich hab mir die Kaptur in Fuchs hier angestoßen. Alter. Nice. Ich glaub der ist durch. Wie gut. Jetzt wisst ihr auch. Sein Wuste ist durch. Was geht los Stigi? Alter. 4, 2, 0, 1,5. In welche Richtung? Null. Null. Und dabei Pilze sammeln. Nö Stigi chillt wieder. Ja Stigi chillt die Runde ok. Boah bei mir leckt alles. Ich hab mir auch. Aber übertrieben. Ey da baut sich nicht mal die Welt auf. Die Pilze die man sammelt kommen einfach erst. 5 Sekunden später in Sementar. Oh lang gar nicht. Ob die Pilze die du grad abgesteigen hast hab ich gesammelt. Na guck das ist Arbeitsteilung. Wie viel hast du schon? Ich hab 5. 10. 10. Oder rote. Oder ich weiß es nicht. In meinem Sex hat er keine Ahnung. So ich mach da mal Holzschwerter. Warum keine Steinschwerter? Weil es zu teuer ist. Wir müssen sparen Stigi. Und ich mach Bowls. Und es leckt. Extrem. Problem. Hey wir sind doch in Richtung Null gelaufen oder? Du schon. Ihr nicht? Doch. Nein. Ich hab Bowls gemacht ne? 16 Stück. Lass mich zurück. Ich glaub ihr müsst ohne mich kämpfen. Oh Mist. Wenn mein Fuß gehen macht. Was mach ich hier? So. Seid ihr bei mir? Nee. Ich komm aber jetzt zu dir. Oh zu mir kommt auch einer. 2, 3, 4? Nee 2. Ich kill jetzt jemand. Dieser jemand killt grad jemand anderen. Aber nur mit der Hand. Aber der leckt. Leckt. Die Runde leckt aber mal richtig. Ich bin runter gefallen. Lebst noch? Ja. Ich bin zu einem mit 1x1 gefallen. Und dann hab ich ihn weggelootet. Loot ich noch mal einen der grad am Holzfällen ist. So ich hab glaub ich 4 Kills auf der Liste oder so. Hm. Ich hab jetzt 2 Steine abgebaut. Sehr gut. Komm mal zu dir Tim. Die klang zum Hunger merke ich. Da scheinen ja ein paar zu sein. Stirb. Essen. Ah. Hallo ich hab ein Schwert. Und ein We-Check und dann noch ein Speed-Hack. Oh Skelett. Alter We-Checker. Ja. Ja und Leck. Überall. Oh ey. Tod. Ja. Von 15 Meter Entfernung tot geschlagen worden. Das ist ein Leck aber auch übel. Mit einem Knockback-Effekt und jedem möglichen Scheiß-Track. Das könnte aber auch irgendwas sein. Ich hab jemand mit Skill. Der kann so weit schlagen. Oh ich seh noch einen Zoom. Dann besteht auch noch Hoffnung für mich. Ich hab ganz viel. Komm zu mir. Ich bin bei minus 60. 400. Ne 470. Komm zu mir. weiter hinten. Ja ich bin. In der Höhle. In der Schlocht. Wie geht's. Wie geht's. Wie geht's. Wie geht's. Wie geht's so viel Eisen. Für mich. Liebe mir gibt's viel Eisen. Pils habe ich genug. Ui. Ua zwei Skilte. Oh ich hab'n Vogeln bekommen glaube ich. durchgucken jedoch nicht auch er die grüften holzfällen weizen anbauen Oh, hier ist Lava. Ja. Aber ich glaube, diesmal hole ich mir keine. Weil ich Pilzsuppen hab. Und ich finde, wenn ich Pilzsuppen hab, dann bringen mir die Lava-Eime eh nix, weil ich immer die Pilzsuppen im Inventar hab. Eigentlich unnötig, aber egal. So, ich mach mich dann gleich auf dem Weg zu dir. Sklette ohne Ende. Eisen ohne Ende. Rechne den Typen mit Hund angreifen. Alter, der rennt in den Vorspiel, ist der blöd? Jetzt bekommt der Schaden. Nein, ist der tot. Oh, da ist die Löffel, das ging sich an. Alter. Ich wollte den Skill und der rennt einfach in den Vorspiel. Boah, das legt echt übel hier. Das wird ja auch nicht besser. Irgendwie lenken nur die Mobs. Wie früher bei uns auf die Mulia. Mit 1.3 wird Adelös besser. Haha, ich hab schon nur Crafting Bench. Ich auch. Ach, scheiße. Nee, ach, warte mal ein Witz. Ich mach keine. Verdammt. Hättet ihr auch nicht erwartet. So, ich hab irgendwo Kohle. Und die ist hier zwei Typen irgendwo. Eigentlich ist das voll einfach so zu spielen, weil die Mobs einfach viel langsamer sind. Und aber genauso schnell abbaut irgendwie. Ich find eigentlich hier Monster ziemlich, ziemlich gut. Also kommt drauf an. Du kannst halt übel schnell durch Minen einfach rein und so. Und dann bitte die Abbauung. Für jetzt gerne zu dir gehen. Ich bin die Angst alleine. Lässt mich da was machen? Sag mal deine Koordinaten nochmal. Minus 54, 189. Das wie lange so muss ich sein. Oh, ich seh dich. Oh, bei dir sind voll viele. Bei dir sind voll viele, gell? Auch unter der Erde und so. Ich bin aber auch da. Und über der Erde und überall. Ich hab so Angst, wo ich hier grad rumlaufe. Die Map ist einfach cool, die Vareide da gebaut hat. Wie der wäre? Der Hunger Games Map. Neueste. Boah, ich hab immer noch ein Holzschwert. Ich bin genau über dir. Wie komm ich jetzt da runter? Spring durch die Wand. Nee, sag mal an. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie ich hier hingekommen bin. Ich will in die Höhle rein. Äh, ja, eine Schlucht. Danke. Stöp. Ey. Eigentlich muss man ein Steinschwert jetzt weggehen. Stöp, Stegi. Markus? Ja? Du bist gleich auf ne Runde Hunger Games von Vareide. Modified by Pizza Freak. Ja. Oh. Der zweite Teil von Sub. Gibt mir zu bedenken. Wieso? Keine Ahnung, was bedeutet das? Dass Pizza, äh, die Warps in die Welt zum Beispiel gemacht hat. Und in unserer Welt, also auf Timolia, dann so ein Keller geschaffen. Und wenn du da auf ner Druckplatte stehst, geh hinter dir die Türe zu, so dass auch immer nur einer in die Kammer kann. Und dann stirbt man und verliert all seine Sachen. Da mach ich mit. Beta schon dann, aber. Wie viele Leute sind so online? Also getrenntes Inventar und so noch. Wir spielen nicht alle zusammen, sondern nur fünf so zum Beta-Testen. Ähm, ich bin hier oben irgendwo und du bist voll weit unten. Mhm. Und ich hab ne Vollleisenrüstung. Ich hab gar nichts. Hier sind doch die Creeper und so, ey. Or zwei Creeper, Mann. Jetzt hast du den Block und den Herweg gebaut. Krass. Okay, ruhig bleiben. Ich stehe hier ein- und ausatmen. Und ganz fest pressen. Okay. Guck mal nach oben, du siehst mich doch. Also nach rechts klinge seitlich. Ja, ich seh dich. Soll ich mich zu dir graben? Nee, nee, nee. Soll nicht. Mach ich aber. Schwarz. Nehmen wir noch auf? Ja. Ja. Na dann. Duckst du dich rein aus dem Tipp, dass ich dich nicht sehe, oder? Ich duck mich nicht, weil ich weg bin. Dann geh ja nochmal hin. Nee, das ist ein Zombie, der bedroht mich. Eisen gefunden. Nee, der Zombie hat den voll ungepasst. Das auch. Noch mehr Eisen. Oh, ich bin nicht tot. Ich bin tot. Nee. Nee. Ey, du hast mich was verarscht. Wo bist du jetzt? Alter, hier sind so viele Monster. Alter. Aber es leckt nicht mehr so eben. Ich entwaffne die jetzt, ne? 出來. Jetzt mein Lebenszeichen von dir hat dann. Piep. Köln und mit mir doch endlich wo bist du rechtlich um mich irgendwo wenn er scheitert von der Wand drüben die sich auch Oktober und zu dir bestehend Hallo Hallo die GmbH Geld ich habe Geld wollte der Falle und wir bekommen der Name und ich werde wieder zu lassen hat die sind schon geil 4 ich kenne ein gegriffen Land auch ein Schalb der Sto und den Weg noch ein bisschen halten oder zu tun weil ich war nicht so schlecht wie nun mit dem König Schatten Deine Hypothete. Ja, komm mal. Ne, ich hab jetzt noch 8 Eisen hier, das kann ich hier geben. Oh, so viel. Danke. Hast du wenigstens Pilze? Ich? Ne. Hätte ich mir schon fast gedacht. Ja, aber du hast ganz weit gemacht. Eigentlich weiß ich es gar nicht mehr. Ne, ja, eigentlich. Eigentlich weiß ich echt nicht mehr. Gut, schon berechtigte Frage. Hier ist irgendwo so ein fettes Vieh in meinem Zimmer. Ja. Ja, da ist es. Da ist es. Hast du gegessen jetzt, oder was? Ne, aber gleich. Ne, was sonst nicht? Mehr so fliegen oder mehr so? Ne, mehr so eine Motte oder so ein Schneider. Schneider, ja, die fliegen ja auch. Ja. Schneider? Klar fliegen Schneider. Ne, eigentlich nicht. Doch. Ich weiß nicht, wie das bei euch jetzt so mit dem, ich weiß nicht, bestrahlten Zeugen so rum ist, aber. Aber ich dachte gerade, du wärst schon explodiert, weil... Ja, genau, das hab ich auch gerade gesehen. Da war so ein blaues Teil da. Ja. Woher hinaus? Tricky, tricky. Ja, komm mal hier hin, hier ist Eisen. Ich trau mich da nicht runter. Wo bist du denn? Noch hier oben. Ey, bist du... Hallo, was machst du da? Ich schlag dich jetzt gleich. Hier, da. Da. Ja, hast du schon vor viel Sachen. Das rechte Locke. Gold? Enderman. Boah, ich hab gerade gesehen, wie dein Gravelblock geklautert. Ich hab vorhin gesehen, wie einer einen Grafsblock in der Hand hatte. In der Hand hatte oder geraucht hat? Geraucht hat. In der Hand hatte du die... Ja, lass mal Leute killen, weil die haben eh noch Eisen. Ja, hier, mach dir mal Sachen. Ich hab 14 hier. Ich mach dir jetzt Schuhe und Hose, ja? Nein. Doch. Okay. Ach. Wie möchtest du meine Schuhe und Lederschuhe? Und ich hab hier so eine Kandalen. Schuhe angucken, ich hab hier so eine Kandalen. Nur eine Kandalen. An, aus, an, aus, an, aus, an, aus. Geil. Und meine Kamera, siehste? Jetzt ist sie weg. Wieder da. Wieder weg. Ahahaha, du Arschloch. Jetzt hab ich dein Blazcrout entwaffnet. Hey. Ich mach mir mal, ich geh jetzt aber noch mal eine Eisenspitzlage, weil ich eh weiß, dass du das später in der Spitzlage brauchen. Dann mach ich mir wohl auch eine Schaufel. Nee. Boah, ich hab 17 Pfeile. Und zwei Strings. Oh, course. Vielleicht können wir nicht später brauchen. Aber wahrscheinlich nicht. Schwarz, hab da noch was. Was machst du da? Äh, ich hab hier kein Waffen. Oho. Wollen wir jetzt mal hochgehen. Au, 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 au. Ich hab da eben den Namen gesehen. Na, hoffentlich. Direkt über uns halt. Hallo, hast du Pilzsuppen? Oder Pilze? Joa, Pilzsuppen. Und Pilze? Negativ. Also willst du auch keine? Doch, ich hab keinen drauf. Ich hab hier Angst, irgendwo hier oben. Da, ne, ganz oben ist der. Oh, ja. Och, ich hab deine Stucht hier gefunden. Deine Spalte. Nice. Ey, war der eigentlich auch mal wieder online, der? Nö. Spaltentyp. Spaltentyp. Nee, wie hießen wir? Alex. Alex. Hey, die sind deine... Wow. Achtung, da sind deine Pilze. Und... Nee, kommt Creeper. Nimm die mal schnell. Okay, okay, dann baue ich mich schnell wieder runter. Oho. Nein! Ich kann sehr vorhören, was passiert ist. Nee, die sind da. Die sind noch da. Ich nehme jetzt aber wieder mit. Nee, gib die jetzt hoch. Ja, komm zu mir jetzt. Ja, wo bist du denn? Nein, ich geh doch mal. Ja, Achtung. Komm mal, nur. Komm mal zurück. Ich möchte auch schon mein Fleisch praten. Oh. Was muss, das muss. Oh, Alter. Alter. Voll Damage. Nee, du hast mich geschlagen, du Brenner. Hast du mich gerade ein Waffner durchspaß gehen? Nein. Doch. Wo denkst du hin? Wo ich hindenke? Hallo? Wo? Wo? Hä? Nee? Nee, weil... Eigentlich war ich ja schon zu hier. Ich wollte kein Rottenzeug aus dem Ofen nehmen. Mist. Mist. Ey, Mist. Immer noch. Immer noch. Where is? Ja, weil das rauskommt. Ah, du Bob, ey. Na, hello, du Arsch. Lass jetzt kämpfen, man. Das ging ja nicht zum Spaß, man. Wir müssen ja das Ding gewinnen. Okay, wir sind ja zum Spaß. Nein, man, das war ernst. Ich mach nie was zum Spaß. So, los geht's. Ist das der Ausgang? Das ist ein Creeper. Ja, der Schluck. Boah, ich bin schon Level 5. So, die Spaltung schnell hoch. Mal auf, dass man nicht runterfällt. Was ich eh werde. Hallo. Ähm. Tim, kannst du gleich kommen? Nö. Ich weiß nicht, ich trau es mich nicht unbedingt mit zwei gleichzeitig aufzunehmen. Ja, warte, ich muss kurz was essen. Okay, bis gleich. Ja, ich mach mal hier. In-game. Dann mach ich mal so. Siehst du die beiden? Nö, du. Ja. So. So. Angriff. Nee. Klar. Ja. Echt? Ja. Wie soll ich schon nichts in der Hand? Ich hab Pilze auf mit der Hand. Oh, okay. Die klatsch ich dann erstmal ins Gesicht. Dann sind sie nicht mal blind. Weil das brennt ziemlich. Komm mal getestet oder was? Ja. War schon mal Pilze sammeln? Also jetzt in RL und so? Oder geh ich da gar nicht vor die Tür? Nö, nee. Wenn, dann sammle ich Pilze bei Minecraft. Oder bei Magus. Oh, der ist Cookie Monster. Okay, dann gehen wir lieber. Nein, Mann. Ich hab Angst vor Cookie Monster. Hallo? Der hat gerade gegessen, der hat keine Cookies mehr. Richtig überhaupt. Hallo? Hier ist überall zu arzt. Der kann sich... Oh, warte. Ich kill jetzt. Ich spinne. Ja, du bist ein Schenny. Ich hab dich denn aufgekommen. Nee, aber... Nee, aber... Ich brauch ja noch ein String. Und dann hab ich... Feilen Bogen. Da kommen die wieder. Die Orten. Hau ab, Mann. So wie der Ränder hat... So wie der Ränder, der irgendwas gefuttert hat. Ach, was. Nee, guck mal. Du musst die anlocken. Dann gehst du kurz weg. Und schärfst dann an. Und dann... Warum? Ja, darum. Wo schon fließt man... Keine Ahnung. Aber ich bin hier. Angriff. Nichts Angriff. Na klar. Bis hinter mir. Wenn die... Wenn die... Ich bin voll weit hinten noch. Ach, die haben die umgedreht, oder? Ja, keine Ahnung. Doch, die Rallen spügel nicht. Doch, schon. Immerhin Cookie Monster. Ja, da hast du dich auch zu sehen gekauft. Ey, der... Der frisst die wie sonst was, ey. Ich sag doch mal. Du gehst mir, du gehst mir. Ich hab voll Angst, Mann. Jetzt soll ich mich angreifen. Nee, der eine ist jetzt gleich tot, glaub ich. Ich weglauf, nicht weglauf, nicht weglauf. Warum ist mir so ein Kameradenschwein? Der andere... Das stimmt doch irgendwas nicht. Komm, jetzt, komm, jetzt, 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 jetzt. Ich entwaffne, ich. Ich seh nix mehr. Ich glaub einen hab ich. Boah, der hat Weecheck. Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Ja, okay. Ach doch, ich hab dich geschlagen. Er laggt alles. Angriff. Ich bin hängen geblieben. Lag. Nein, ich bin angegriffen. Willst du an der Herkern, darfst du im Kong und still lauschen, oder? Ähm, ich denk schon. Also ich bin voll dagegen. Okay. Mann, ey, bei mir ist die Lüge aus, wenn der direkt vor mir bei deinem Schlag geht. Weil deswegen langsamer. Dabei ist er schon voll weit weg, Mann. Ja, ich helf dir. Ja, ich helf dir schon ins Stil. Äh, was? Andersrum. Ah, die ausgesagt. Nein, hatte ich nicht. So, ich bin einfach stehen geblieben, oder was? Ich muss ja mal richtig komisch aufstehen haben bei dir. Der frisst Cookies. Ja, egal. Ja. Okay, lassen wir weitergehen. Warte, Pilze und Essen. Und Kekse. One, two, three. Huh. Wie, 300, vier. Sätze? Ey, das musst du aber krass bei dir geleckt haben, oder? Ja. Ah ja, bei mir schaut so aus, wenn der die ausblockt hat. Ich war mir einfach sogar vorbeigerannt. Willst du Cookies? Nee. Nee, aber ernst hab ich. Ich glaub, damit kann man die Leute echt erschrecken. Weil wir sind jetzt auch erstmal weggelaufen. Du, vielleicht. Ha. Ha. Ja, ich weiß, wer war. Egal, ich helf dir weg. Ja, ich bin schon mal viel. Ja. Nein, aber, war ich auf dem Weg. Jetzt komm, ich bin mal. Komm jetzt. Jetzt komm mal, ich lach nicht. Mach mal, jetzt hab ich was gekessen, was ich gedacht hab. Was? Keine Ahnung. Komm jetzt. Ja, wo bist du? Richtung Wachhals. Und krieg die, glaub ich. Oh, was? Wo ist denn das Vieh so ganz anders? Warte mal. Doch, das ist schon richtig. Äh, noch ein paar, fünf, fünf, sechs, sechs, sechs. Moment, da lang. Oh ja. Oh ja. Oh ja, ich glaub den nicht gut auf die Klinik. Oh, der ist so richtig hässlich in der Luft, Alter. Richtig krankig. Das hab ich früher immer gehasst, wenn wir Stomper waren. Und dann immer irgendwie so ein komischer Berg war, und man gar nicht runterspringen konnte. Oh, da ist auch noch eine Klippe dazwischen. Oh mein Gott. So, ich muss jetzt kurz was essen. So, ich muss jetzt kurz erobern. Hoch. So. Eine Minute, denn. Eine Minute. Auf die Spiele 14. Da unten gammelt er einen, aber der ist so weit weg. So sehr wird auch nicht mal zu tief, glaub ich, rein. Aber mir leckt das schon so. Du stehst bei mir gerade, stimmt das? Ne. Hallo Leute. Nein. Was? Ich wurde untergefallen. Doch. Okay, da hat nur ein Gegner und der hat gerade eingekillt. Sie stehen da hinten, Leute. Ne, ich drehe mich nämlich gerade um. Ja, komm. Ja, nein, aber. Da war da hinten, ich stehe da. Im Busch. Komischer Knecht. Dol, leck. Oh, wie wenn mir einfach alles leckt, das kann doch nicht sein. Ich glaube, der Stärke-Potion, merk ich gerade, ein Tim. Tim, 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 ja. Tim, Tim. Oh, der Bob. Der denkt, der kann mich killen. Oh, wie schief ist da. Was soll ich machen? Okay, chill. Oh, da ist jemand. Oh. Ey, du Bob. Oh, essen. Oh. Der macht das ernst mit seinem Recheck, ey. Oh, nein, ich bin tot. So ein Scheiß. Oh, Tim, nein. Ich bin wahrscheinlich dann auch so gut wie tot. Das kann aber einfach nicht sein, dass der mich alle ein paar Sekunden regelmäßig in der Zeit trifft. Ey, so ein Scheiß. Ich habe jetzt mal ein Sarfnetz. Ja, übel, krass, Alter. Und sogar mit dem Bogen. Alter, es ist schlimm, ich habe so was wollen. Ich glaube, ich liebe Ausland, wer nicht mehr. Nee, es geht gar nicht. Oh, Leute, sogar verloren. Patz, dann eine Neufe, ich schaue ich mal ganz gut. Oh, nein, ich habe so was wollen. Neufe, leckte alle Finden, Firebox. Ich bin tot. Ja, es war so. Gut, dann war es das für diese Runde. Super. Runde aus. Wollanden, wer. Spieler, ich bin jemand. Ich bin jemand. ねぇ. Keinает話. Vielen Dank.